Im Heinisau-Land gibt es Comic, Lexikon, Kalender und Spiele. Da braucht es eben ein Lexikon. Man kann ganz viel über Politik lernen. Ich weiß jetzt, wer der Bürgermeister ist. Mir hat am besten gefallen die Spiele. Ich fand bei den Comics sehr toll. Bei manchen konnte man auch drauf tippen, da kommen dann neue Sprechblasen oder die Bilder haben sich bewegt. Hanni Sauland schafft es, die komplexe Welt der Politik so weit runterzubrechen, dass Kinder damit wirklich Spaß haben. So bleibt das Wesentliche hängen und man schaut gerne mal nach, ob es wieder neue Artikel gibt.